Hunde können tatsächlich bis zu 30 Jahre alt werden. Das ist Niki. Bekommen habe ich sie mit 9 Jahren, mittlerweile bin ich 23 und die Niki 14. Niki ist topfit und am liebsten habe ich sie 24-7 an meiner Seite. Damit das auch noch lange so bleibt, fütter ich ja immer frischgekochtes Futter. Man hört ja immer öfter, dass Hunde viel länger fit bleiben, wenn sie nicht das klassische Industriefutter fressen, sondern hochwertiges, frisches Futter. Immerhin ist der älteste Hund auch schon über 30 und hat noch nie in seinem Leben Hundefutter gefressen. Ich hoffe, Niki nimmt sich ein Beispiel daran.